Hallo und herzlich willkommen zum Wort am Montag. In unserer Kirchengemeinde feiern wir am kommenden Wochenende Konfirmationen. Das ist ein großer Tag, aufregend für alle Beteiligten. Die Konfis und ihre Familien bereiten sich schon seit Wochen darauf vor. Kleider und Anzüge werden gekauft, Schuhe eingelaufen, Gästelisten geschrieben, das Essen organisiert und um gutes Wetter gebankt. Die Pastorin schwitzt über den Gottesdiensten und der Predigt. Die Sekretärin hofft, dass sie sich bei den vielen Urkunden nicht verschreibt. Der Küster ist am rotieren. Alles soll am Ende klappen, damit am Ende alle zufrieden sind und sich noch lange und gerne an diesen besonderen Tag zurückerinnern. Es geht eine Zeit zu Ende, in der die Konfis mit anderen Gleichaltrigen viel über Gott und den Glauben erfahren haben. Sie haben skeptische Fragen gestellt und auch einiges an Kritik an den bestehenden Verhältnissen vorgebracht. Wir haben miteinander gesungen, gebetet, gespielt und Unsinn gemacht. Bei den Konfi-Wochenenden und auf der Freizeit haben wir zusammen eine Gemeinschaft erlebt, die bei weitem nicht perfekt ist, in der aber der Glaube und andere Maßstäbe als im Alltag das Miteinander bestimmen. Manchmal ganz leise und unterschwellig, manchmal mit Begeisterung und laut und mit Schwung. Nun geht diese Zeit zu Ende und wir beenden sie mit den Konfirmationsgottesdiensten. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind an diesem Tag die Hauptpersonen. Sie sagen ja zu ihrem Glauben, zu ihrer Kirche, zu unserer Gemeinde. Manche sagen dieses Ja aus tiefer Überzeugung, wieder andere mit leisem Zweifel in der Stimme und andere sagen dieses Ja vielleicht auch nur, weil sie es im Chor mit den Freunden tun. Aber auch das kann tragen. Es ist ein feierlicher Moment, verbunden mit Stolz und manchmal auch ein bisschen Wehmut. Die Eltern werden sich bewusst, dass ihre Konfis keine Kinder mehr sind. Dass sie immer mehr eigene Wege gehen, eigene Entscheidungen treffen. Und so sagen wir Ja mit Gottes Hilfe, denn wir wissen, dass wir uns nicht immer nur auf uns selbst verlassen können. Im Leben nicht und im Glauben nicht. Unsere Konfis sind nun junge Erwachsene und wir wünschen ihnen für den Weg, der vor ihnen liegt, Gottes Hilfe, seinen Segen und seinen Beistand. Ohne all das geht es nicht. Ich wünsche Ihnen und euch eine gesegnete Woche. Bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen.